so meine lieben freunde und damit ein herzliches willkommen zum nächsten teil der super sonder saga von command and conquer 3 tibarium nachdem wir letzte woche unter anderem auch wegen der mega krassen hitze so richtig abgekackt haben bei dem game wollen wir uns jetzt noch mal an die mission der gdi wagen den tempel von not zu vernichten und das werden wir diesmal bestimmt auch schaffen wenn wir uns nicht doof anstellen ja so also zur allgemeinen informationen und allgemeinen ernüchterung ich bin ja loris ich bin die kassie und zusammen ergibt das auch das ja so hier oben haben wir jetzt einheiten 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 hatten wir hier schon irgendwas gegen die ja mutanten einheiten brauchen wir hier auch noch die werden wir jetzt ja auch noch erschaffen ausbildung und zwar 24 stück habe ich mir jetzt mal so gedacht so die greifen ja hier auch immer mit wir werden kämpfen wir werden kämpfen wir werden kämpfen lande auf dem wort ich bauen ich brauche einen ingenieur einheit wird angegriffen hier unten brauchten wir glaube ich ganz gerade einheit wird angegriffen ja haben wir ja auch ok wird gebaut wenn ich gar den hier flugabwehr ja kommen sie schon die bombas wir werden kämpfen die bombas kommen ja hier immer ne ja da müssen wir auf jeden fall die untere basis primär war aber bei den besetzen wird gebaut und zwar kommen die hier mit massiv viele bomben wir werden kämpfen und dann haben die uns ja nämlich alles weggefläht fläht fläht und das ist keine schöne angelegenheit wieso kann ich das hochladen fangliche einheit es ist jetzt dass da oben die ganze zeit steht es würde hochladen stealth einheit geortet einheit wird angegriffen und fallen diese panzer auseinander da diese läufer die panzer die fallen ja um wie die pflegen die schicke ich mal zur verteidigung wir sind in position ein war die tür offen positiv ach so ich dachte ich hab sie zugemacht tschuldigung ok ganz ruhig verstanden commander einheit wird angegriffen einheit befördert einheit verloren wird gebaut ja ja wir werden kämpfen das geld kommt ja wir müssen nur noch ein bisschen ruhe und geduld jetzt haben das letzte mal wollten wir ja stürmen dann so hier oben brauchen wir auf jeden fall auch flack ja 2 bis 3 am besten 4 unten 6 wegen breitere fläche und dann auch guardian kanonen dazu ja also müssen wir uns jetzt hier echt eingraben mit den dingern wir werden feindliches kommando entdeckt wo einheit verloren einheit wird angegriffen einheit versaubert stealth einheit verordnet fall abgeschlossen wird gebaut gut dann schützen wir die mal hier so ein bisschen ziel bestätigt wir werden vorsicht beginnen mit ernte aber hier hatten wir den schon ein bisschen weh getan wenigstens und wenn die verteidigung halbwegs steht laufen die da im kreis um das ding rum wir werden uns nie vergessen aber ich fand das jetzt recht hypnotisch die anzuschauen wir werden kämpfen bau abgeschlossen brost wir werden kämpfen wird gebaut stealth einheit geordnet bau unterbrochen abgebrochen einheit wird angegriffen wird gebaut wird gebaut wir werden kämpfen wir werden kämpfen ein sammler wird angegriffen glaube ich oder wer läuft da hinten rum einheit verloren der hatte wahrscheinlich ach guck mal zu einer grenze schnitzel rutsch noch fragen hauser nein 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 ich werde nicht meine ihren mit meinem meinen 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 schönen sammler hier angreifen der ist flatsch 0 der wurde gerade frisch lackiert digga du kannst doch nicht jetzt hier allen ernstes meinen du kommst damit wir werden kämpfen davon wir brauchen gleich irgendwas womit wir aufklären können Flieger oder so einheit wird angegriffen bau abgeschlossen trooper sind einsatzbereit wir werden kämpfen wird gebaut feindliche einheiten in sich einheit verloben wir werden kämpfen einheit befördert wir müssen auch dinger sehen bau abgeschlossen wir werden kämpfen sammler wird angegriffen wir nehmen ja weg den sammler rutsch vorsicht jawohl sir ja sir systeme bereit packen wir es an packen wir es an wird gebaut sammler eins ist wieder repariert lader bereit ne der andere wir können uns da auch luke geschlossen ok es geht los vorsicht ja dann schickt ihr mal hinzu los geht's wir halten zwar einiges aus aber irgendwann ist auch mal Schluss ja klar feindliche einheiten in sicht bau unterbrochen bau abgeschlossen einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen wir nehmen von ihnen bereit ungesiegbar ungesiegbar unsere basis wird angegriffen wird gebaut auch sie einheit feuer einheit geschlossen euer ja schöner versuch aber wird repariert aber er bleibt da und dann steigen wir mal hier noch ein guardian hin jetzt zieht euch mal alle ein bisschen zurück unterwegs ja die kamera mal gerade von unten dann war ja der witz ich wollte ja feindliches kommando entdeckt steif einheit geordnet ungeeigneter bauplatz unsere basis wird angegriffen einheit wird angegriffen einheit verloben einheit befördert bau unterbrochen abgebrochen wir haben ein flugfeld trooper sind einsatzbereit ja das letzte mal gebaut unten irgendwo ok ah da guck mal wir haben sogar zwei flieger warten auf einsatzbefehl können wir noch mal eben hier aber verstanden mal lucky lucky machen ich glaube hier oben war auch noch so ein motto liegen zum zielgebiet da sind doch noch zwei das ist doch schon einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen ja wir sind einsatzbereit firehawk unterwegs feindliche stützpunkt in sich ziel wählen firehawk angedockt und bereit einheit befördert kann ich die hier nicht wir sind startklar feindliche einheiten in sich ziel wählen kann ich hier nicht platzieren den schuss ich habe keine ahnung hier ist alles aufgedeckt gerade aber ich kann den schuss hier nicht platzieren da muss ich hier ein scharfschützen team landen hier hinten jungs alles klar landung vorbereiten mammut einsatzbereit da wären wir jetzt gleich die aber wartet mal jungs fliegen zum zielgebiet unsere basis wird angegriffen einheit wird angegriffen unzureichende mittel einheit befördert ha 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 aufgezeichnet was für russen zeug habt ihr euch schon wieder unterhalten ach da haben welche gekifft vor mir auf der straße kann ich einheiten in sich so ein bus mitten auf der straße einfach angehalten oh ziel wählen einheit verloren einheit verloren wollen wir denn jetzt wo waren wir denn angegriffen ausbildung warten auf einsatz befehl äh da unten steht ein gelangweilter sammler rumschatz wie sie es aus unter der werkstatt lade bereit ah ja klar den wir vorhin reparieren mussten dann gehen wir noch mal picken da hinten ne ja ziel wählen naja dann muss man hier näher kommen elite scharfschützen werden wir dann hier abwerfen mhm hier in der ecke und mit denen dann völlige überlegenheit das andere nicht ein vorgelagertes roshi luke geschlossen rick ist bereit jo unterwegs ah so ein rick ja ja geil wo sollen wir hin unterwegs wie viel der name jetzt nicht ein wo sollen wir hin und los sehr gut und meine befehle chronica bereich und die hat euch mal brav dem rick das kann euch auch am besten and unter wegen unterwegs spätropieren ja ziel wählen feindliche einheiten in sich einheitlich der landezone unsere basis wird angegriffen einheit verloben einheit wird angegriffen das wirklich schon wieder tot von zwei seiten mit der fahrzeuge jetzt sind wir genau in der fettzeuge holen sie euch einheit für sauber ziel bestätigt operation läuft näher uns ziels hier ist noch die aber wir müssen erstmal das dinge noch ausschalten bevor wir in dieser zone hier schießen können ja das war's genau das war's guck da ob du da hinkommst ja ich komme da hin aber mit meinen luft schreitkräften vollen schub ich das zerlegt habe kann ich den inneren ring beschießen und das ist mir dann scheißegal feindliche stützpunkt in sich leere mich ziel oh jee feindliche einheiten in sich ziel wählen bmt erwartet befehle ja wenn ich jetzt vorrücker kill nämlich bmt wie ist der plan unsere basis wird angegriffen ziel wählen lz in sicht einheit wird angegriffen ziel wählen scheiße ist wir haben da ausbildung stealth einheit geortet einheit befördert irgendwann wird das ungemütlich hier vorne firehawk angedockt und bereit aber wenn das ding da erstmal weg ist ja die liefkommst du da wird gebaut ja alles klar sorry kumpels aber ich muss euch jetzt nicht da weiter runter da noch einmal in die hölle schicken einheit wird angegriffen einheit verloren feindliche stützpunkt in sich ich erledige das ziel wählen einer der feindlichen störfeld generatoren wurde zerstört bleiben noch zwei ionenkanone aktiviert stoff einheit geordnet feindliches kommando entdeckt das ist gleich noch ein flugzeug von hier mit fest einheit angegriffen positiv luft angriffe eingeleitet einheit befördert einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen wo ist der da mach jetzt erstmal eine armee ausbildung jetzt wird oben angegriffen ist nicht durchgekommen firehawk angedockt und bereit stealth einheit geordnet einheit wird angegriffen einheit verloren wird gebaut firehawk angedockt und bereit bau abgeschlossen wird gebaut ist jetzt alles mit flugzeug zu stellen aber jetzt mal da das ding hier auf jeden fall bau abgeschlossen ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz ausbildung wo ist unser technologie zentrum ich weiß nicht ich habe mich gerade gefragt ob wir überhaupt schon eins haben müssen wir haben das brauchen wir das stratofalter update bevor wir da reingehen verstärkungen bereits zu reichen der mittel welche verstärkungen ich weiß nicht ich verstärkungen berechtigt die verstärkungen einheiten in sich ja keine ahnung wo sind die feindlichen einheiten da oben wieder da kommt meine befehle die basis wird angegriffen firehawk angedockt und bereit wird gebaut bau abgeschlossen Ausbildung Wollen wir mal sehen was da raus wird. Firehawk Das Ding muss noch weg. Dann kann ich hier ohne irgendwie prasseln lassen auf den ganzen Komplex. Und dann kann er uns nicht mehr auf den Sack gehen. Ich muss nur gucken, dass der Stratofighter Update durchgeht. Und ja, müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Müssen wir jetzt einfach durchhalten. Es geht schneller, wenn ich da oben keine Truppen produziere. Sollte ich das einstellen, solange? Ähm, ja eigentlich brauchst du so. Feindliches Kommando entdeckt. Da geht ein Tropfen einsatzbereit. Ja doch, mach mal vielleicht. Einheit für angegriffen. Einheit verloren. Unsere Basis wird angesiechter. Zwölf Einheit verordnet. Einheit für die Anrufe. Wieder aber die alle zu verstreut. Siehst du da? Da geht ein Tropfen einsatzbereit. Los geht's! Da ist unser Ziel. Einheit für die Anrufe. Na dann weit wir mal. Ja, die Truppenproduktion oben, die haben ja jetzt schon ein paar Einheiten bekommen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Abgebrochen. Firehawk angedockter. Abgebrochen. Bau unterbrochen. So, die Firehawks sind bereit. Jetzt wollen wir das Stratofighter upgrade. Ja. Upgrade angeschlossen. Warten auf Einsatzbuffet. War's das auch, oder? Wo ist hier unten die Kaserne? Erstmal nochmal kurz in das Dingsbums gucken. Wo war das denn jetzt noch? Mensch. Da ist es. Ja, ist fertig. So. Warten auf Zielkoordinaten. Verstanden. Es geht los. Feindliche Einheiten in Sicht. Zieler passen. Einheit für ihn. Wir greifen an. Boah. Ziel wählen. Roger. Bomber unterwegs. Heilige Scheiße. Ziel wählen. Wow. Ioni-Kanela absolviert. Nein. Was? Achso. Scheiße. Jetzt haben wir unsere Orcas vom Himmel geholt. Unzureichende Mittel. Ja, die Stratos sind nicht angekommen. Alle tot, ja. Ja. Das ist es also nicht. Hier kommen wir nicht durch. Aber ich kann mich hier vorne jetzt durchbomben gleich. Ah, ne. Hier noch nicht. Das hier können wir auf jeden Fall gleich als nächstes weglasern hier. Okay, dann brauchen wir jetzt hier erstmal noch Truppen, 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 Truppen. Feindliche Einheiten in Sicht. Vorher ist hier die Kaserne. Da. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Sammler wird angegriffen. Infanterietrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Vorsicht mit dem Zeug. Sehr gut. Gut gemacht. Infanterietrupp bereit. Ausbildung. Scheiße, Bruder. Infanterietrupp bereit. Haben wir keine... Die Einheit ist getarnt, ne? Ah, die sind alle immer getarnt. Aber ich brauche ein Arsenal dafür jetzt erstmal. Wo haben wir es das Arsenal? Da. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Dann können wir die vielleicht bis da vorne ans Ziel mit absolut passiv nicht angreifen, nur einmal rein und gucken. Feindliche Einheiten in Sicht. Und das Ziel markieren für das, was danach kommt. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit befördert. Raketentrupp einsatzbereit. Einheit beheben. Raketentrupp einsatzbereit. Star, einheit beachtet. Blut superiert. Raketentrupp einsatzbereit. Infanterietrupp bereit. Blut superiert. Mammutpanzer. Überrollt sie. Ja, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Vorsicht. Der steht da rum und macht nichts. Den ich vorhin da hingeschickt habe, Digga. Und ich frage mich, warum der Output so gering ist. Ebenen Kanone bereit. Sehr gut. Ziel wählen. Ebenen Kanone aktivieren. Mal sehen, was er dazu sagt. Also Putsch. Bin weg. Bau abgeschlossen. Grenadiertrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Neue Bauoptionen. Grenadiertrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Feindliches Kommando entdeckt. Stealth-Einheit geortet. Einheit wird angegriffen. Einheit beheben. Einheit beheben. Einheit beheben. Grenadiertrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Gute Idee. Mittel auf der was? Genervt. Unbesiegbar. Ja, komm schon. Grenadiertruppe rein. Infanterietruppe rein. Dann kann ich den Luftangriff hier befehlen. Die Sammler sind, soweit ich weiß, auf dem Rückweg. Ja, aber wir bauen ja auch noch Klamotten, das ist ja das. Ich kann Ihnen dagegen machen. Infanterietruppe rein. Aber in einer Minute haben wir unseren Satelliten wieder Feuerwerk. Dann kann das hier wieder richtig losgehen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Hier geht auf jeden Fall noch einer rein. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. noch eine Waffenfabrik weniger. Ja. Aber da oben ist noch wieder so eine super Rakete. Ja. Super. Aufwerten. Hier die Sinne. Ja, ja. Abgeschlossen. Ja. Ich baue auch gleich wieder Jäger. Aber dann kommt hier erstmal so ein schönes Ionenfeuer und dann kommen unsere Orgas. Trouper ist der Laser keinem guckort? Wo? Hier ist einer. Ich meine eine Höhe. Aber ich meine eine Höhe. Nee, da ist einer. Aber ich meine eine Höhe. Nee, von diesen Außendingern eine Höhe. Genau. Der, der Annina ist aus. Nein, nein, die waren die Wandserlich. Ja, ja. Da stehen ja auch nur noch die Sockel. Naja, ich könnte ein zweites Kontrollzentrum bauen, aber ich glaube, das wäre jetzt... Nee, Moment, jetzt nicht. Funktionieren die Luftfilter? Genau, hier kurz stehen sie bereit. Feindliches Kommando entdeckt. Einheit für Tremotor, Einheit für Sturz, Einheit für Autos, Einheit für Sturz. Die sind gut hier, die Jungs, die sind richtig gut geworden jetzt. Und ich glaube, ich habe sein Hauptteil der Luftstreitkraft hier verhinterlegt. Es kommen wesentlich weniger Bombenangefälle jetzt. Kaserne ist hier irgendwo drinnen wahrscheinlich. Da ist es. Kannst du da noch Laserpointe reinwerfen? Ja, kann ich aber ja noch nicht. Weiß ich. Dazu muss erstmal das da weg. Und zureichen die Mittel. Dafür brauche ich die Orcas. Grenadiertruppe rein! Okay. Okay, die Baulisten sind gleich beide fertig. Die erste ist schon fertig. Die zweite war gar nicht aktiv, das sind nur die Mutanten. So, aber, ne, hier kommen noch vier Zonen-Truber, zwei Granadiere für unten. Ne, die sind oben. Ähm, ja, jetzt guckst du einmal bitte auf das Grüne Feld, ob die Sammler auch sammelt. Nicht, dass da... Die habsen beide. Ja, diesmal war hier das zu sehen und ich konnte den hier so, siehst du, dieses rote. Ja, ja, ich wollte nur sicher gehen, weißt du? Naja. Grenadiertruppe rein! Wird repariert. Okay. Also, hier unten kommt jetzt auch schon wieder was. Ja, gut. Die Hundenkanone, die bewahren wir uns jetzt auf. Ja. Das waren wir nochmal mit 1. Musstest du die einnehmen, oder? Ja, ne? 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 Auf einmal die Battle-Mechs. Ausbilden. Und das ist ein ziemlich übles Ding, weil dem seine Battle-Mechs, die sind richtig stark. Ja, ja, deswegen musst du ja auch mit der Ionenkanone gleich da seine Kaserne wegmachen. Ja, ja. Jetzt kommen sie von unten. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Mammut. Einheit wird angegriffen. Hallo, Leute, ihr werdet angegriffen. Macht ihr nichts? Oh, machen wir schon. Ist das schon? Wir stehen da unten in der Kaserne. Einheit befördert. Welche? Ruhig hervor. Infanterietrupp. Bewegung! Wird gebaut. Mit Dings kamen sie, ne? Wird gebaut. Fahrzeuge, ja. Gibt's jetzt hier 1, 2, 1, 2, also 4, 4 Dinger. Wir sind ja gleich bereit zum Angriff. Stimmt, hast du recht. Was ist? Firehawk angedockt und bereit. Was ist? Was ist? Firehawk angedockt und bereit. Ja. Infanteristen und Raketentrupps mit Veteranenstatus. Ja, guck mal. Wenn ich die zwischendurch hier auf den beiden Fronten unten droppe. Ja. Aber hier sind ein bisschen wenig dafür, dass wir so viele gemacht haben. Ne doch, aber die sind dabei. Die sind da. Ja. Ja. Okay. Aber die Zonotruppen, wo sind denn die? Feindliche Einheiten in sich. Wird hier oben keine gebaut? Einheit wird angegriffen. Hoffentlich nicht. Ne, das läuft. Das ist das, was noch läuft. Ah. Okay. Wir sind bereit. Okay. Upgrade abgeschlossen. Firehawk abgeschlossen. Firehawk angedockt und bereit. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Lade bereit. Mh. Baut. Wird. Wie ruhig das drauf ist. Ich hab schon mal eine ganze Weile keine Autos mehr gehört. Bau abgeschlossen. Trooper sind einsatzbereit. Firehawk angedockt und bereit. Okay, es geht los. Sagt sie sie und schon kam mein Auto. In der Ferne. Feindliche Einheiten in sich. Stealth Einheit geortet. Einheit wird angekündigt. Unbesiegbar. Los geht's. Nähere mich. Los geht's. Jetzt verlieren wir. Was? Jetzt sind wir im Verlieren. Wer? Deutschland. Ach so. Nicht da, nein. Ja, das mag ich jetzt wirklich. Ja. 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 Dann ist das halt so. Trooper sind einsatzbereit. Luke geschlossen. Trooper sind einsatzbereit. Lade bereit machen. Jetzt die Orcas losschicken. Das war doch richtig. Ich glaube, das kann ich nicht angreifen. Das war doch richtig. Ich glaube, das kann ich nicht angreifen. Das war doch richtig. Ich glaube, das kann ich nicht angreifen. Können das nur unsere? Nähere mich der Landezone. Ja. Äh. Äh. Was denn? Wies, wies, wies. Warum immer woanders? Weil es immer durch die Gegend geschleppt wird von Leuten. Ja. Was sehen Sie? Bleiben außer Sicht. Ja. 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 Wir rücken vor. Brauchen Sie los. Scannen neues Gebiet. Ausbildung. Ausbildung. Sind unterwegs. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Trooper sind einsatzbereit. Wehr und vor. Feindliche Einheiten in Sicht. Stealth Einheit geortet. Einheit wird anregen. Einheit gefordert. Einheit verloren. Sie nehmen. Positiv Luftangruppe eingeleitet. Alles klar. Trooper sind einsatzbereit. Trooper sind einsatzbereit. Ziel wählen. Ausstieg bereit machen. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Von wo kommen die Superraketen? Einmal da. Und dann da, wo wir jetzt landen oben? Da. Super. Schlafschutz in Tieten. Perfekt. Guter Schuss. Wo ist unser nächstes Ziel? Verfolgt eure Ziele. Marschbefehl bestätigt. Pullt sie euch. Macht sie fertig. Ihr Pitbull. Wir haben Kontakt, Sir. Bereit für Angriff. Wurfen. Wie ein Kind. Was ist das? Ja. Es war kein Kaffee. Ich fahr'n. 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 Oh, 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 oh! Da kommt ein Schatzchen! Zurück! 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 Oh, wie ist das? Verstärkung hier! Einmal auf den Turm! Der zweite feindliche Störfeldgenerator wurde zerstört. Fehlt nur noch einer. Ionenkanone aktiviert. Feindliches Kommando entdeckt. Ziel wählen. LZ in Sicht. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Ein Firehawk ist übergeblieben. Alles okay. Mhm. Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Feinde identifiziert. Verstärkung hier. Einheit bewegen. Angriff! Ausbildung. Feindliches Kommando entdeckt. Ausbildung. Unsere Befehle. Feindliche Einheiten in sich. In der Nähe. Der ist erledigt. Firehawk angedockt und bereit. Roger. Brücken jetzt vor. Firehawk angedockt und bereit. Einheit wird angegriffen. Feindliches Kommando entdeckt. Ich bin ein neues Gebiet. Nehmen neue Position ein. Ach ne. Ich sag gerade nur so aus. Ich dachte gerade oben werden es schon so viele Leute jetzt weg. Der gehört mir. Feindliche Einheiten in sich. Firehawk angedockt und bereit. Das ist der. Den muss man angreifen. Guter Schuss. Feindliche Einheiten in sich. Huh. Die Bettelmachs. Einheit wird angegriffen. Firehawk angedockt und bereit. Roger. Brücken jetzt vor. Ja gut. Da musste die, die, die Dinger musste mit ähm. Warten auf Einsatzbefehl. Ja. Das ist okay. Feindliche Stützpunkt in sich. Einheit bewegen. Verstärkungen bereit. Ziel wählen. LZ in Sicht. Einheit wird angegriffen. Treffen die nicht. Weil die sich bewegen. Ja ja. Mammutpanzer. Löscht sie aus. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Ionen Kanone bereit. Nicht immer Escape drücken. Du Fortser. Also ich mein nicht ne. Ist das nicht sicher? Rauch zur Trotten. Ich komme. Überrollt sie. Ohne Deckung. Ja. Du musst dich wieder mit Scharfschützen reinschleichen glaube ich. Mhm. Ziel wählen. Ich komme ja nicht näher ran. Aber hier komme ich jetzt hin. Ionen Kanone aktivieren. Ja aber unsere Problembären. Da komme ich auch hin. Ja aber ich kann dann die. Die kommen aus der anderen Ecke. Hier? Ne hier ist nichts mehr. Ja ja. Da ist jetzt das interne Dings noch. Da kommen noch welche raus. Aber da müssen wir erstmal hier die Stromversorgung lahmlegen. Da drin sind noch zwei, drei Kraftwerke. Vier, drei Kraftwerke. Das reicht höchstens für die Obelisten. Aber ich weiß nicht ob der Tempel nicht noch irgendwelchen Energieoutput haben hat. Weil die sitzen auf dem Tacitus. Ich weiß nicht, ich würde es mal versuchen die beiden Gebäude jetzt reinzunehmen. Okay dann landen wir hier mal eine kombinierte Einheit. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Ziel wählen. Beaufstieg bereit machen. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Noch mal vier Ingenieure. Ausbildung. Ich habe ihre Code. So und den schicken wir jetzt noch zur Unterstützung. Ich habe ihre Code. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Predator und fünf Dingers hier mit. Ja. Und noch einen Mammutpanzer. Gehen wir nach unten. Jetzt ein bisschen nach rechts rüber. Und dann noch ein Stückchen nach oben. Da versteckt sich irgendwo eine feindliche Einheit da oben. Die ganze Zeit ein roter Punkt. Ja, soll er sich hier verstecken. Da setze ich jetzt garantiert kein Bomber dem Mord drauf an. Test. Eins, zwei. Ah, jetzt geht es wieder. Rieses scheiß Mischpult, ne. Sobald wieder Geld da ist. Also richtig Geld meine ich. Ja, aber ich frage mich das noch gar nicht so alt. Wie kann das jetzt schon so ein Wackerkontakt haben und so weiter. Ich habe halt das billigste genommen, was ging, ne. Ja. Und ja, keine Ahnung. Zu fest gedrückt vielleicht oder was weiß ich. Ist halt hier, ne. Predator bereit. Für den Moment tut es ja noch seinen Dienst. Also ist jetzt nicht. Ja, ja. Ich habe ihre Code. Predator bereit. Oh, das hört sich doch gut an hier oben. Einsatzgruppe Alpha ist gleich einsatzbereit. Hm? Alpha. Alpha. Erwarten Befehle. Ziel bestätigt. Panzerdivision. Ionenkanone bereit. Verstärkungen bereit. So, irgendwo hier kann ich doch bestimmt noch Zerber machen. Und da oben dann zerstörst du das, was wir erobern wollen. Naja, hier kann ich auch eh keine... Doch. Hier habe ich... Ja, hier hätte ich positive Erfassung, aber... Ist doch okay. Ja, dann kriegen wir halt ein Gebäude nicht. Eonenkanone absolvieren. Wenn er überhaupt zerlegt wird dadurch. Ja, doch wird er. Ja. Naja, aber eins können wir einnehmen. So, das dürfte auf jeden Fall jetzt dafür gesorgt haben. Firehawk ist bereit. Was sollte dafür gesorgt haben? Komm mal, das... Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Mach die Hände auf den... Mal. Platt. Hä? Dann, äh... Flieger nicht. Bereit. Ich komme. Ich bin unter dem. Ich bin bereit. Brücke vor. Unzureichende Mittel. Lästig. Aber nicht viel mehr. Ja, ja. Eine Guardian-Kanone hat es gelegt, aber... Kopfgeschissen, jung. Ich brauche was zum Schießen. Erwarten Befehle. Verstanden. Commander. Verstanden. An die Armour. Alles bereit. Die anderen müssen leider laufen. Pissball ist einsatzbereit. Verstärkungen bereit. Hä? Ganz Elite-Teams widerrufen. Ach so. Ah. Das ist die Verstärkung. Hier haben wir auch schon Elite-Teams stehen, aber soweit hinten. Mammut-Panzer. Und wenn wir mal die ganze Truppe hier... Jetzt ziehen wir uns mal alle mal ein bisschen zurück zum Ring. Guck mal, ist doch schon viel flauschiger, oder? Mh. Unzureichende Mittel. Nee, was ich sagen wollte. Mit deinen Fegern kannst du doch die Hand von Nutt kaputt machen. Soll ich hier angreifen? Jeder, ja. Fliegen zum Zielgebiet. Wir starten. Ist weg. Oh, zurück. Fuck. Eine Maschine verloren. Okay. Die Luftabwehr hier drin ist. Mh. Heilige Scheiße, Mann. Ja. Dann bleibt's nicht dabei. Dann ist unsere kleine Forschungstruppe hier. Unsere kleine Forschungstruppe. Ja, komm, dann zerlegen wir das auch noch. Nein, nimm das doch eben ein. Wie eben? Ja. Ich kann das nicht eben schnell einnehmen. Natürlich gehst du hin, nimmst du einen fertig. Ich kümmere mich um alles. Mit der ganzen Truppe? Ja. Wir versuchen uns mal schnell hier durchzuscheißen. Wir kommen. Ich probiere es einfach mal mit einem Fahrzeug mit dem Ingenieur drin. Gucken wir mal, was passiert. Mammut einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Kann mich natürlich schnell verscheißern wieder, wenn was passiert, aber... ...hoffen wir mal, dass nichts passiert. Die großen Schluchten des Mordtempels, Digi. Operation läuft. Unterwegs. Commander, Feuer! Was bringen wir hinter uns? Alles bereit. Gebäude eingenommen. Bonus-Ziel erreicht. Dann repariere das mal eben. Ich hab's doch keine Ahnung was. Geheimdienstdaten aktualisiert. Kann ich nicht reparieren. Okay. Weder reparieren, noch verkaufen. Nordforschungsministerium. BMT erwartet Befehle. Zerstören Sie mit dem Kommando einen Avatar? Nee. Ja, gut, dann komm. Wir hauen ab. BMT, wie ist der Plan? Wir hauen ab. Das ist der Plan. Mhm. Und wir sammeln hier jetzt eine Angriffstruppe. Völlige Überlegenheit. Die dann da reinmarschiert da unten. Mammut einsatzbereit. Unsere Battlemates sind scheiße. Die Juggernauts? Ja. Ja. Die dürfen nicht in den Nahkampf. Das ist ein Ateliergebäude. Äh, Atelierteil. Äh, haben wir hier noch einen Juggernaut irgendwo? Warte mal, wir haben hier unten auch ganz viele stehen, ne? Ja. Worauf warten wir? Walker aktiviert. Ziel wählen. Unzureichende Mittel. Artilleriefeuer. Mammut einsatzbereit. Hm. Will ich's wissen? Koordinaten? Wo ist der Ziel? Auf das Gebiet, was ich Ihnen gesagt habe. Ziel wählen. Das heißt, wenn hier jetzt einer runtergepimmelt kommt. Bombardierung. Wir wählen jetzt permanent diese beiden Ziele. Boah. Drei Einheiten verloren. Ausbildung. Ziel wählen. Ionenkaline absolvieren. Ausbildung. Ziel wählen. Ziel wählen. Ionenkaline absolvieren. Ziel wählen. Ja, jetzt müssen wir noch. Das ist der letzte Generator. Der muss weg. Irgendwie müssen wir da dran. Das wird eine gewaltige Materialschlacht, ne? Ja, wir werden so Einheiten verlieren. Habe ich jetzt schon Angst vor. Ja. Ausbildung. Auch wenn das nur ein Spiel ist, ich mag das trotzdem nicht, Jungs in den Tor zu schicken. Firehawk angedockt und bereit. Sie werden uns nie vergessen. Aber jetzt erstmal Ruhe, weil hier ist nicht viel mehr, ne? Hier haben wir noch den Tempel. Den Prime Tempel. Eins, zwei Obelisken. Obelisken. Äh, diese anderen Schießdinger da. Was ist das hier eigentlich? Ja, das sind die Mörder-Luftabwehrteile. Genau. Ja. Drei Obelisken, ne? Ja. Und dieses Ding da, dieses Dreiecks-Dings da um das Ding rum. Firehawk angedockt und Infanterie-Truppe bereit. Vielleicht kann ich hier nochmal irgendwo einen Ionenstoß hinsetzen, dann haben wir zumindest Infanterie-Truppe bereit. Hier keine Plattform mehr, weil die ganze Mauer und die Plattform zusammenbrechen. Dann kann er da auch keinen neuen mehr bauen. Aber die höher gelegten Flugabwehrgeschütze, die sind besonders mächtig. Okay. Also hier unten steht definitiv nirgendwo mehr was. Hier ist alles absolut weg. Und hier ist noch eine drauf. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie vielleicht in 20 Sekunden eine hinwachsen können. Alter, aber diesmal kriege ich dich, du Penner. Ich krieg dich! Es kommt ja immer weniger gegenwärts. Na, so nah ran komme ich da ja nicht. Ne, siehste. Der Schild hier. Mein Zielvisier darf mit keinem Stück irgendwie an den Schild heranragen. Ja, das ist es, aber naja. Dann halten wir die Ionenrotze erstmal zurück. Gucken wir mal, wann sind wir hier fertig. Schwerere Einsatztruppen sind fertig. Ich glaub Deutschland hat ein Tor geschossen. Was darf ich? Ich glaub Deutschland hat ein Tor geschossen. Okay. Wär ja cool. Infanterie-Trupp bereit. Oh, keine Ahnung, das hat sich schon wieder erlucht. Infanterie-Trupp bereit. Ziel wählen. Ja, aber wie, wohin? Infanterie-Trupp bereit. Also auf den Turm hier direkt. Ja, aber da kommt er ja nicht durch. Wir bis hier müssen wir mit dem Boden-Trupp vororten, glaub ich. So anders geht's nicht. Wir müssen uns jetzt leider auf seinen Tor bewegen. Ja, aber wir sind so gut wie einsatzfähig. Ich will jetzt nur diese komplette Mannschaft hier noch haben. Inklusive des Kommandos. Ja. Was geht hier unten wieder ab? Nichts. Pimmelt hier wirklich einer noch mit denen rum, oder was? Raketentrupp einsatzbereit. Guck mal, wie schnell der fertig war. Ja, ja, offensichtlich. Dann geh mal hier naschen. Okay, es geht los. Na? Ja. Dann geh doch mal nach vorne naschen. Funktionieren die Luftfilter? Raketentrupp einsatzbereit. Ist auch hier naschen. Ja, ja, der kam auch von da hinten, glaub ich. Ja, der war zu schnell fertig mit Abladen, das glaub ich ihm nicht. Das nehm ich ihm nicht ab. Der kommt aber definitiv, der holt ihn, der kommt von unten. Was? Ach so. Der eine, der da gerade ablegt, der kam auch hin. Raketentrupp einsatzbereit. Ich glaub, wir können das Baumannemau einstellen, oder? Mhm. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Wir Juggernaut. Unzureichende Mittel. Die greifen das nicht an. Hm. Wir haben keine Ahnung, dass wir da drin sitzen, glaub ich. Glaub ich mit dir. Ja. Raketentrupp einsatzbereit. Dann geh ich mal in Piposch. Ich speichere mal vorher ab, falls irgendwas passiert. Bringst du Birosch mit? Birosch. Mh. Pivo? Pivo, ja? Ja, 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 ja. Wenn irgendwas ist, nicht verzagen. Nee, ich lasse einfach mal. Ihr verbreitet. Ich hab mir das mit dem Glas anders überlegt. Ich hab mir das mit dem Glas anders überlegt. Ich hab mir das mit dem Glas anders überlegt. Das ist hier zum Grüßen. Raketentrupp einsatzbereit. Ja, was? Was? Grenadiertruppe, reit! Grenadiertruppe, reit! Grenadiertruppe, reit! Grenadiertruppe, reit! Grenadiertruppe, reit! Unzureichende Mittel! Grenadiertruppe, reit! Grenadiertruppe, reit! Ich bin bereit. Grenadiertruppe, reit! Ja, der Feind, der pfeift aus dem letzten Loch, ich sag dir das. Grenadiertruppe, reit! Kein Köpi mal da gewesen? Was? Ich hab nicht danach geguckt. Grenadiertruppe, reit! Ich hab einfach eins genommen. Kann natürlich sein, dass noch ein Köpi da ist. Ich will dir die nicht streitig machen, so ist das nicht. Grenadiertruppe, reit! Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel, ja. Wie oft noch? Meinst du, das reicht hier? Nee, ich will meine Truppe nicht. Ich will das vollständig haben. Ein einziges Mal bis zu Ende produzieren. Grenadiertruppe, reit! Scharfschätzen-Team, bereit! Scharfschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Die werden so wehtun, diese Mistviecher. Ich versuch mich... Warte mal, hier baller ich nochmal... Ziel wählen. Ah, hier kommt... Scheiße. Nee, ich muss hier durch das Ding durch. Ich kann höchstens gleich nochmal Orcas hier auf das Ding einsetzen, aber das wär vergebene Lieblingsflüder. Verlieren wir höchstens die Orcas. Aber ich kann es versuchen. Was haben wir für eine Luftstreitmacht? Die sind voll. Scharfschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Wir sehen, das Super team? Unzureichende Mittel. Warten auf Einsatzbefehl. Ja, könnte man versuchen. Aber jetzt wo hier... Es sind zwei Verteidigungs-Dinger. Beispiel Team, wo werden wir gebraucht? Drei, vier, fünf... sollen wir es versuchen? Ja. In Sichtweite! Aber ich weiß nicht, vielleicht... Ja... Nee, du hättest erstmal den Turm vorn, hier vorne killen sollen. Ja, dann machen wir den Turm platt! Ja, ja. Ah, die wohnen ja aus bis... Ja. Ja. Ziel wählen. Ionen kann nun abschliere. Vielleicht mit dem Rutschpunkt. Komm, 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 komm. Ja. Das ist eine. Ausbildung. Ausbildung. Brauchen Silos? Ha! Hier, Mittelfinger, Digga. Ich brauche keine Silos. Ich baller alles weg, ja. Bis der Arzt kommt. Hast du schon wieder dumme Menschen gesehen? Das aktuelle Sportstudio wurde gefragt, ob das Spiel gegen Ungarn wirklich in schwarz-weiß gesendet wird wegen der UEFA. Das Sportstudio schreibt in Quelle et der Postillon? Fragezeichen. Wir senden heute in Farbe. Und ja, die haben das wohl tatsächlich einen Beitrag gebracht, das angeblich nur noch in schwarz-weiß gesendet wird, damit keine Regenbogenfarben fahren zu sehen sind. Boah, das muss... Das muss... Das muss doch so weh tun. Oh! Das muss doch weh tun, Leute. Ich... Ich verstehe diese Leute nicht. Was ist los mit euch? Das tut so weh. Ich kann es verstehen. Ich habe heute auch bei einer nicht-deutschen Community gesehen, dass angeblich... Weil es ja nicht... nicht gegen Ungarn sein darf. Machen die das jetzt auf... Rot für die Sowjetunion irgendwie. Aber auch irgendwie vom Postillon, wohl Alternative oder sowas. Da habe ich da nur hingeschrieben, dass es halt Satire ist und... Ja, Ungarn führt aber 1 zu 2 immer noch. Echt? 1 zu 2 mittlerweile? Ja. Gerade gegen Ungarn habe ich gesagt, die gewinnen. Eigentlich haben wir das bessere Team, aber ich habe da nicht genug Ahnung für, um da irgendeine qualifizierte Meinung jetzt rauszupiddeln. Meine qualifizierte Meinung heißt, wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, also meinen sie jetzt, wir könnten mal so ein bisschen auch... rausfliegen tun wir eh nicht. Na, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Systeme bereit! Obwohl, das stimmt gar nicht, ne? Wie ist das irgendwie heute Morgen? Wir können sowohl noch rausfliegen, als auch Erster werden irgendwie. Ich habe keine Ahnung. In der Gruppe. Nein, aber ich finde, Fußballspieler verdienen einfach viel zu viel Geld. Ja. Es sollten nur noch Spieler in der EM und WM erlaubt sein, die aus der dritten, vierten Liga kommen, die dann wirklich mal richtig geil Kohle kriegen, weil die strengen sich dann an. Die haben dann richtig die Eier in die Hose und kämpfen dann auch. Aber naja. Habe ich doch gerade gesagt, Vampi. Ich habe genau andersrum getippt. So, und jetzt... Können wir mal einen kleinen Vorstoß wagen. Mit unserem kleinen Einsatzstrukt oben. Alles klar. Ich mit denen. Die fliegen zu sehr... zu sehr in das Feindgebiet rein. Die Sohn-Truper fehlen noch. Gut, gut. Dann warten wir noch auf die. Die brauchen wir für den Fall, dass schwere Einheiten kommen. Mobile Artillerie zum Beispiel, zerlegen die auch, also diese Battle-Max. Trooper sind einsatzbereit. Vampi, lass den Leuten doch ihren Spaß. Trooper sind einsatzbereit. Was soll das immer, sowas? Ich verstehe das einfach nicht. Trooper sind einsatzbereit. Gerade das einfache Volk. Brot und Spiele, die gibt. Ja, ich freue mich auf Olympia. Die brauchen das. Ich freue mich nicht auf Olympia. Also eigentlich würde ich mich auf Olympia freuen, weil ich Olympia geil finde. Aber in der aktuellen Situation eigentlich nicht in der Form, wie es geplant ist, nicht, nicht gut. Ja, es gibt aber auch da auch, dass du... Ich glaube, die Stadien dürfen auch nur zu 20% besetzt werden oder so. Ja, irgendwie muss das ja weitergehen, klar. Ja. Ich verstehe schon, dass die jetzt was starten wollen und so, aber... Ja, es ist jetzt schließlich immerhin, die haben jetzt alles um ein Jahr verschoben. Ja, wann sollen sie es denn noch? Ja. Ja, die haben Milliarden ausgegeben. Die Investitionen in Olympia haben sich bis jetzt für keinen Auftragungsort gelohnt. Wir haben immer drauf gezahlt. Aber wenn jetzt gar keine Einnahmen kommen... Ja. Ich meine, okay, es ist Japan. Japan ist jetzt nicht gerade arm, wenn gleich hochverschuldet, aber nicht arm. Hochverschuldet sind sie alle. Hochverschuldet sind wir auch, genau. Aber nicht arm. Ja. Ja, Sir. Nein, die Escape, die drücken jetzt. Nochmal die Escape, die drücken jetzt. Jetzt muss er auf den Speicher drücken, weil das ist... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin... Ich hab's ja noch... Okay, wir gehen rein. Ammo drückt vor. Auf dem Weg! Greife an! Ja, Sir. Wir geben niemals auf, GDI! Fahr zur Hölle! Leere mich! Greife an! Greife an! Greife an! Greife an! Vorrücken, vorrücken, vorrücken! Genau, Maul halten, Soldat. Einen Turm nach dem anderen auslöschen. Jetzt kannst du oben die Dinger angreifen. Los geht's. Einsatztier. Es wurden sämtliche Störfeldgeneratoren zerstört. Energiefeld deaktiviert. Initialisiere Videoabrede. Booyachaka, Booyachaka. Tja, Commander. Ich habe mich gehört und sie waren hervorragend bei der Einnahme des Tempels und ihr Timing war bewundernswert. Nord war fast fertig mit dem Bau der Flüssig-Tiberium-Bombe. Aber die Materialien konnten wir in Sicherheit bringen. Berichte besagen, dass sich Cain und sein innerer Zirkel verbarrikadiert haben. Und zwar in den Katakomben des Tempels, die für uns leider uneinnehmbar sind. Also müssen sie dieses Park wohl ausfungern. Sagen Sie mal, General, unser ACET-System ist doch wieder online, oder nicht? Wollen Sie etwa die Ionenkanone einsetzen? Nein, General, ich will es nicht nur. Ich befehle es sogar. Ihnen ist klar, dass wir über eine Anlage reden, in der Flüssig-Tiberium produziert wurde. Eine Ionen-Explosion hätte verheerende Folgen für die Region. Sandra, Dr. Giro in Brasilien. Er ist unser führender Tiberium-Experte. Hoffentlich kann er Ihnen das ausreden. General, das ist eine not-kontrollierte gelbe Zone. So verheerend die Folgen eines Ionenangriffs auch sein mögen, meine Sorge gilt nicht den Bewohnern dieser Region. Meine Sorge gilt allein unserem Volk, der GDI-Bevölkerung. Sie erwartet von uns die versprochene Rache für die Philadelphia. Meine Güte, Ihre politische Glaubwürdigkeit ist doch nicht in Frage gestellt. Entschuldigen Sie, General, aber Dr. Giro wird vermisst. Anscheinend wurde er von Nord entführt. Na, das war's dann wohl. Commander? Ich möchte, dass Sie die Sache beenden, und zwar für alle Zeiten. Das GDI-Oberkommando befiehlt den Einsatz der Ionenkanone gegen den Crime-Tempel. Ich halte das für einen Fehler, Leute. Äh, mach erstmal alles andere Platz, damit wir nicht auf einmal... Anscheinend wird angewiesen. Ja, aber die Olympia-Dinger, die wurden bis bald immer nur von normalen Leuten gebaut in den zivilisierten Ländern. Ja, wir reden jetzt hier mal nicht von den unzivilisierten Ländern, wo dort ne neue Links immer ausgetragen werden sollen. Also belegst. Alle Einheiten zurück zur Basis. Hm, wieso mit... Kannst du das nicht selber angreifen jetzt so? Schatzi? Oder musst du jetzt die Ionenkanone? Das hat keinen Effekt. So, wie geht's? Unaufhaltsam. Grummel, grummel, grummel. Mammu drückt vor. Tut mir leid, ich würde den Befehl natürlich gerne verweigern. Mhm. Alle Einheiten zurückziehen. Hinter den inneren Ring. Los! Also entweder haben wir jetzt verloren oder es steht hier 2 zu 2. Ich konnte diesen Schrei nicht genau interpretieren. ambulantisch ausgeliefert werden. Fumpy bitte keine Politik jetzt hier. Ich sehe keine Erinnerungen. Ich auch nicht, aber ich habe nur... Wow, 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 wow. doch das wird schon ziemlich politisch 1 zu 2 immer noch warum laufen die nicht nach hause zurück zur basis alles gdi personal bitte um gern umkehren zur basis kehren sie auf der stelle zur basis zurück brauchen sie los wird gebaut bauarbeiten laufen bau abgeschlossen wird gebaut bau abgeschlossen okay das gdi oberkommando befiehlt den einsatz der jungen können ja gute nacht fampi warum rennst du jetzt weg weil ich gesagt habe keine politik ich weiß noch nicht mehr oder warum oder wie oder was ich weiß nicht wer das ist der typ und keine ahnung was damit olympia zu tun hat nee das ist was anders von mcgf ist doch der ist doch der entwickler der antiviren software oder nicht also mcgf ja klar als antiviren kenne ich das aber ich stehe diese sache jetzt gar nicht warum sollte der an die usa ausgeliefert werden angeblich suizid was ist mit ihm ich meine er ist doch ein respektabler bürger oder nicht brauchen sie los steuer hinterziehung ja so kriegen sie alle dran früher oder später digga was hast du komm pflanze ich hierhin fampi bleibt noch ein paar sekunden jetzt kommt der wichtigste moment hier muss ich habe gesagt wegen steuerintention hat er ziemlich die kacke am dampfen und dann ist doch selbstwort auch sehr realistisch ja genau 271 winchester winchester jungen kamen er aktiviert einsatz ziel erreicht dabei wurden kane und ein teil seiner mitstreiter wohl getötet außerdem führte die verheerende explosion durch die das flüssig tiberium lager unter dem tempel zerstört wurde zu einem tödlichen fallout und zur kontamination des größten teils von osteuropa noch ist nicht geklärt ob es sich um einen unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen angriff die einzige stellungnahme der gdi war bisher dieses statement vom amtierenden direktor der verlust dieser unschuldigen leben ist einfach unvorstellbar aber wir sehen auch etwas gutes in dieser furchtbaren tragödie es ist die tatsache dass kein schreckensherrschaft jetzt zu ende ist und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein und jetzt wird es noch mal interessant hier nämlich das war aber ein ganz besonderer rauch ja 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 das ist ja ziemlich kacke explosion wir erfahren gerade dass die jpl raumüberwachung sechs unbekannte objekte geortet hat die sich mit beinahe lichtgeschwindigkeit dem erdball nähern sie scheinen in unseren orbit eintreten zu wollen wissen wir woher sie kommen das ist unklar wir entdecken sie zuerst im körpergürtel jenseits des neptuns danke was gibt es sind die ionenkanone wurde aktiviert wer hat das befohlen direktor boyle da sehen sie es auf set 3 die herkunft der raumschiffe bleibt nach wie vor ein rätsel über ihre absichten gibt es jedoch keinen zweifel wie geht es dir wie geht es dir die 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 Wie zärksamt da? schön ja trotzdem weiter schön die zerk baby sind da commander ich habe jetzt für sie eine streng vertrauliche information 2028 konfiszierte die gd eine komplexe datenmatrix von nord sie ist eindeutig nicht von dieser erde nord nennt sie tacitus wir haben versucht die daten zu entschlüsseln sicher ist nur dass sie uns vor einer zukünftigen alien invasion warnen die aktuelle invasion dürfte in direktem zusammenhang mit der flüssig tiberium explosion stehen egal welche verbindung zwischen nord und den invasoren besteht es werden nicht nur blaue zonen angegriffen auch einige gelbe zonen und nord ist nicht in der lage sie zu verteidigen diese aufgabe fällt also der gd zu ich spreche offen mit ihnen commander die lage ist extrem kritisch aber sie sind der beste den wir haben deshalb schicke ich sie auf eine höllische mission nach deutschland sie zeigt ihnen womit sie es zu tun haben ich kann immer noch nicht fassen was da passiert ist also gut commander ich weiß nicht was sie über new eden gehört haben es war die erste gelbe zone die zu einer blauen zone wurde und seitdem ist sie ein geheimes forschungszentrum der gd in münchen in unserem future tech labor wurde sogar eine analyse erstellt über die vorgehensweise der invasoren aber leider steht münchen jetzt unter beschuss und das ft labor wurde zerstört einige ingenieure konnten aber entkommen fahren in einem konvoi richtung salzburg das ist gleich hinter der zonen abgrenzung wie wir wissen commander dieser konvoi muss in salzburg sicher ankommen ich dachte wir sollen nach deutschland ja wir fangen ja an in münchen auf geht's hier ist die ziviltransporter haben die stadt passiert in münchen verlassen eskortieren sie die ziviltransporter zum verlassenen u-bahnhof südwestlich von münchen okay mindestens einer muss unversehrt bleiben okay männer heißt du sind das viele sie legen alles in trümmer sie haben die brücke gesprengt wir müssen unsere route ändern die stadt steht in flammen überall so viele menschen wenn zu allem bereit verrückten 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 alles alles ist weg alles weg entspannt euch männer und versteigt die partie einheit verloren einheit wird angegriffen wir machen uns fertig sir lange halten wir das nicht mehr durch eine spur der verwüstung wir haben zu große schäden erlitten sir wenn wir sie in unserer vorgeschobenen basis nicht reparieren lassen schaffen wir es nicht bis zur u-bahn los los die mauern sie zerstören die mauern hoch schatzi hoch schatzi und los die einsatz steuere ich nicht die menschen haben keine chance ich glaub die sollten dahin zum reparieren ja die laufen ja auch dahin aber ich muss unsere leute dahin ficken vorwärts männer feindliche einheiten in sich der war der eine weiß gott wo hinläuft ja aber den kann ich nicht steuern alle motoren verreckt wir versuchen sie wieder flott zu machen halten sie uns den rücken frei verdammt wir verlieren irgendwo flüssigkeit wir verlieren irgendwo flüssigkeit vorwärts also bild runter da ich glaub kann schon weiter los los aber der eine nicht der bleibte stehen wir wären allein im universum ein böser irrtum scheiße woher kommt der da stehen ich muss ihnen keinen wagen wieder zurückschicken oder da kommen welche wir kriegen hier schwer was ab schafft sie uns vom hals diese dinge dies schreckliche drüben ein eiskusser wird nichts kann uns stoppen toll der eine ist verloren rennen schießt die anderen wir sind wieder startklar bringen wir es endlich hinter uns wir sind über die brücke sind fast da sind fast da da unten sind noch einheiten wo ja stehen welche deckung sir ich flicke es hoffentlich klappt es die elektronik funktioniert jetzt wieder los geht's treffpunkt bestätigt und versteig die fahrten und los kraftwerk repariert schalimeter sind gleich online geheimdienstdaten aktualisiert ja dieser song ist für euch ihr freaks genießt den sound initialisiere video wir sind da sir unsere schallemitter schwächen offensichtlich die invasoren commander das war gute arbeit commander danke sir wie es aussieht sind die dinge doch nicht unverbundbar ich würde mich noch mehr über den sieg freuen wenn wir wüssten welche ziele die aliens haben außer chaos und zerstörung aber die ungewissheit hat auch etwas gutes es scheint so dass direktor boyle untergetaucht ist im sicheren bunker in raikjavik da sollten sie inzwischen auch sein ganz sicher nicht wir nutzen die zeit um entscheidungen zu treffen ohne dass ständig einer reinredet und sie sind der schlüsselkommander sie sollen das blatt gegen die invasoren wenden mit neuen impulsen genau wie gegen nord ich hätte größte sorge einem anderen so viel aufzubürden aber sie scheinen ja wohl diesen druck zu brauchen wir werden kaum zeit haben die invasoren greifen von münchen aus andere städte in der region an kersey wird darüber berichten danke man Piposch bevor das jetzt hier weiter geht eine einheit haben wir verloren ja ja den einen da oben ja ja ich bin nicht gut weil ich nicht mit dem abgelassen der ist die die so die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gehe ich auch mal. Dann ist das halt so. Dann gehe ich auch mal. Entschuldige ich das bitte. Ich gehe sofort weiter hier. Dann gehe ich auch mal. 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 Oh, ich will nach Köln, 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 Köln. Köln ist schön. Köln ist nebenan. Fantastische Arbeit, Commander. Köln ist ja auch mal. 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 Oh ja. Oh du musst nach Punkt 2. Huh, wir müssen nach Punkt 2. Unterwegs? Unterwegs. Ich regel das. Los Jungs. Ich regle das. Dann wollen wir mal. Es geht los. Einheit befördert. Zeit zu gehen. Feindliche Einheiten in sich. Verstanden. Unterwegs. Guten Abend, Sophie. Alle gerade nur Fußball im Schauen gewesen. Offensichtlich. Hallo. Wir sind hier. Außer wir. Wir haben tapfer durchgehalten und haben gestreamt. Die sind ja voll dämlich. Die laufen einfach durch. Mach uns doch nicht immer so viel Hoffnung. Einen nur, Schatz. Ich stopp einen. Jawohl. Speichern. Ich regle das. Ich regle das. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Truppen koordiniert. Bilden Sie jetzt in Ihrer neu gebauten Basis eine Armee aus und zerstören Sie es. Geheimdienst. Mann, hier sieht es ja übel aus. Ja, aber die Gebäude sind wohl intakt. Die meisten. Die haben nur keine Energie. Das muss reichen, Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit. Elef. Alles bereit. Gucken wir mal, ob der lebt. Achso, das war das. Ja, ja. Wird repariert. Unsere Basis wird anbieten. Ja, wir brauchen mehr Energie, oder was, oder wie, oder? Wird gebaut. Okay. Hier läuft ja. Neues Bonus-Ziel. Ah, okay. Oh, das ist schön. Neues Bonus-Ziel. Ist ja cool. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, freut mich. Was steht denn jetzt hier alles? Wird repariert. Wird repariert. Nimm da eben die Plattform daneben an ein. Für Plattformen. Das doch. Ich kümmere mich um alles. Bereite Kontrollcodes vor. Stopp, stopp. Da sind Aliens vor. Wo? Ja, diese weißen komischen Puckels davor. Oder wie nenne ich die? Wie weiß ich die nennen soll. Vielleicht noch mal geht's denn Trommeln zu verbauen. Wird gebaut. Ja, aber das solltest du ja ohne Probleme ja, die sechs Dinger solltest du ja ohne Probleme wegkriegen. Trooper stehen bereit. Wir erhalten sie. Ich hab was ich brauche. Trooper. So, denn ein Ingenitor stoppt, hast du wieder alle drei mitgeschleppt. Ja. Wählerweise welche Ingenieur du willst. Hier, Schorsch. Oh, der geht schon. Die Beuge eingenommen. Bonus-Ziel erreicht. Statt, geht's Trooper. Was war das andere Bonus-Ziel jetzt? Wir haben ihn gleich hingekriegt. Das Kraftwerk hier haben wir gebraucht. Juggernaut, Avataganaut Team SETA 2 zur Stelle, Sir. Wir haben diese Monster in den Boden. Nehmen Position ein. Commander, wenn wir die Scharfschützen in Sichtweite der Alien-Basis bringen, können wir von hier zuschlagen. Du hast recht. Ah. Aber erstmal bitte hinter die Linie gehen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Erstmal hinter die Linie. Wir müssen uns jetzt vorbereiten. Unsere Basis wird angegriffen. Ja. Aber dürfen wir was bauen noch? Ja, ne? Ja, ne? Gebäude? Ja. Aber ich mein... Alles ganz normal, ne? Weil da hieß ja, Ingenieure müssen immer leben. Ja, das ist ja schon erledigt, der Teil mit den überlebenden Ingenieuren. Ach so. Ich muss jetzt eine Waffelfabrik bauen. Wird gebaut. Und dann noch einen zweiten, dritten Sammlung. Ja. Da ist ne Menge Tiberium. Passt schon. Und noch ein paar hier. Wird gebaut. Die Türme. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Ja, die kommen über die Brücke. Ja. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Ja, Blackjack, ist ja cool, dass du auch noch da bist. Gefällt mir. Unsere Basis wird angegriffen. Oh Mann, lass doch mal die Angriffe. Wird gebaut. Bleibt drüber auf eurer Reinseite. Sehr gut. Ja. Auf zum Tiberiumfeld. Also von uns können wir eher selten lernen. Was Spiele angeht. War nicht. Spaß haben wir auf jeden Fall. Ja komm, jetzt kippt doch endlich mal hier. Oszalage. Wollte schon sagen. Kann ja nicht möglich sein hier jetzt. Brücken kannst du nicht abreißen, ne? Wo macht ja auch keinen Sinn, ne? Feindliche Einheiten in sich. Naja. Was Sinn machen würde, wäre jetzt ein verstecktes Scharfschützenteam hier irgendwo hinzustellen. Weil eigentlich ist die Mission total einfach. Der hat ja gerade schon die Lösung gesagt, wo sind die Scharfschützen eigentlich? Wir sind hier. Wir sind hier. Hier Juggernaut. Wie ist unsere Position? Nehmen neue Position ein. Auf zum Tiberiumfeld. Wir rücken vor. Okay, jetzt kriegen wir erstmal Tiberium hier. Wo ist gerade der Sammler gebaut? Da. Vorsicht. Hier komm. Geh mal da knusprungen. Mehr uns Tiberiumfeld. Feindliche Einheiten in sich. Schade, dass ich daneben nichts mehr bauen kann hier so. Ähm. Ja, ich hab auch gerade schon überlegt, ob ich dann irgendwas machen könnte, aber... Ich will nicht. Was? Okay, die knusprungen wir auf jeden Fall. Boah. Was ist jetzt los? Ja, ist doch klar. Die bleiben da stehen und... Da. Kriegschiff. Und das auch noch, ja. Es war mir irgendwie klar, dass da... Vor oder später... Äh, früher oder später fallen wir vor oder... Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Ich kann heute den ganzen Tag kein Deutsch mehr. Jawohl. Kriegschiff. 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 Ja. Macht sie fertig. Müssen ausrücken jetzt. Da mit deinen Juggernauts draufschießen. Könnt ihr das nicht? Kein Ziel, was in der Luft ist, Schatz. Kriegschiff. Kriegschiff. Fertig. Oh ja. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Jawohl. Zurück, zurück zur Basis. Unterwegs. Einheit verloren. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. Wir bauen sie pyt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird repariert. Wird gep исп..... Wird gecondiert. Wird geoncéren... Wird gebaut. Unsere Basis wird angeblieben. Bau abgeschossen. Wird gebaut. Das bringt dann nur dich halt in der Mitte was. Warum brauchst du die anderen? Ich bringe die Luft einhalten. Nein! Die falsche Taste, du! Haltet die Stellung sein lassen! Der ist jetzt einfach am Arsch. Nein, bist du noch nicht. Ganz ruhig. Bis 15. Und neu bauen. Und hinstellen. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Ja! Ich brauche noch sein Ding. Ich hab gebaut. Wird repariert. Bau abgeschossen. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Ohohohoho. Motofogo. Vielleicht soll das wirklich mit nem kleinen Trupp einmal vorschießen. Ja, machen wir ja gleich. Über die Brücke, die das Kraftwerk hier holen. Und dann ja schon mal auch ein paar Dinger rein, äh, reinsetzen, Erfüllungszeichen. Ein paar Schalldinger. Das war die Scharfschützen. Ja? Ja. Wieso konnten die die entdecken? Keine Ahnung, das sind Aliens? Nicht mal. Scheiße. Einheit befördert. Passt nicht. Ungeeigneter Bauplatz. Es blitzt doch kurz, ich kann es doch platzieren. Ne, ist ja immer nur rot. Tut mir leid. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Unsere Basis wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheiten in Sicht. Da. Ungeeigneter Bauplatz. Um. Jetzt kommen wir die Luft rein, siehst du. Äh. Wir haben es ja einfach nur im Dinger da rauskriegt. die Dinger. Jetzt brauchen wir die fucking Dinger. Langstrecken scheiße. Die Dinger sind bereit. Ach, der da, genau. Ich brauche Truppen hier vorne, ne? Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Naja, jetzt ein Ingenieur um das Ding dann zu holen. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Feuer frei. Feindliche Einheiten in Sicht. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Racketentrupp einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Kann ich nicht. Scheiße. Hatte gehofft. Nimm das. Aber jetzt läuft die Tag, die hier steht. Ja. Puh. Racketentrupp einsatzbereit. Jetzt läuft die ganze Tag, die hier steht. Wird repariert. Wird repariert. Racketentrupp einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Wir sind hier. Ja. Gut, dann guck, dass du jetzt erstmal Geld sparst. Feindliche Einheiten in sich. Ja. Mehr oder weniger. Und dann gleich wirklich den einen nochmal hinschicken. Unser Basis wird angeglichen. Abgekommen. Die muss in der Heimatfront. Predator bereit. Wie wollen wir denn hier angreifen jetzt? In der Armee, ne? Ja, da war doch irgendwie. Mal ausprobieren. Einfach, ob das wirklich so ist, dass wenn du so eine Elite scharfschützen dann halt da rein schickst. Und dass die Juggernauts das sehen können. Und dass die Juggernauts auch. Und dass die Juggernauts das sehen können. Und dass die Juggernauts auch. Ja, ja, ja. Ja. Ja, die könntest du jetzt runter zum Ziel wählen. Ne, da kannst, ja, du kannst vielleicht hier was in der Nähe. Ne, ich muss ja nur ein Ziel Scharfschützen haben. Ja. Haben wir Scharfschützen? Nein, du brauchst ein Elite Scharfschütze, Schatz. Nein, ich brauch nen Scharfschütze. Infanterietruf. Das haben wir vorhin auch ausprobiert. Abgekackt. Ja. Ja. Weil feindliche Einheiten hier in der Nähe waren. Feindliche Einheiten in sich. Ach ne, wenn du da in ein feindliches Gebiet reingehst, sind da keine oder was? Das sind Gänsebübchen dann. Nunu, denk mal drüber nach. Ich glaub, da unten haben wir auch einen Scharfschützen. Ich tränke drüber nach. Mhm. Was brauchen Sie? Ja, unten habe ich keinen Scharfschützen, sonst hätte ich die Zielerfassungsmöglichkeit. Aber wenn ich den Scharfschützen jetzt hier hinhole, dann habe ich Zielerfassungsmöglichkeit. Verdammter Scheiße, Mann. Ich bin ne Frau. Glaube ich. Warte mal. Feindliche Einheiten in sich. War noch kein Beweis für ne Frau, ne? Warum passiert hier nichts mehr? Wir haben kein Tiberium mehr. Deswegen passiert nichts mehr. Unsere Basis wird angegriffen. Na. Ähm, geh mal mit ein paar Leuten nach unten in den Süden. Und guck mal, ob da ein Tiberiumfeld noch ist. Da ist kein Tiberiumfeld. Doch, da. Feindliche Einheiten in sich. Vorsicht mit dem Zeug. Verstanden, Commander. So, nur gleich gucken, dass sie dann auch sammeln, weil das war ja gerade nicht so her. Unsere Basis wird angegriffen. Ich bin ein großer Schmetter neben. Luke geschlossen. Okay, es geht los. Bring on the money, motherfucker. Feindliche Einheiten in sich. Ne, nicht jetzt. Nicht jetzt. Komm. Wir müssen noch ein paar Minuten durchhalten, Kinders. Wen sollen wir neutralisieren? Wie sieht's aus? Ziel wählen. Wieso? WMT einsatzbereit. Nicht doch Escape. Was ist? WMT einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Nein, die müssen immer noch ein Strang in der Land geht. Scharfschützen Team. Im Leerraum. Feindliche Einheiten in sich. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, aber die Juggernauts können jetzt auch da vorne nicht missbeziehen oder alles, ne? Scharfschützen Team. Zehne den. Zehne den. Teuer das Schallrohr. WMT einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Ist das Gebiet sicher? Trooper sind einsatzbereit. Gegner in der Nähe. äh, zerstöre erst die Häuser links und rechts vielleicht, ja, ne. Sitzen Aliens drin? Ich glaub, ja. Naja, das auf jeden Fall musst du zurück, das bringt ja noch nix. Diese Basis wird anrufen. Ziel wählen. Was ist mir das denn? Oh Aliens, raus, kleine Mini-Zern. Ja, das ist der Scharfschutzplatte. Aber auch deren Portal ist platt. Feindliche Einheiten in sich. Okay, warte mal. Ne, ich geh jetzt immer auf Toilette und hol'n Bier. Worauf warten wir? Juggernaut erwartet Befehle. Ah! Ja, ich stell dir hier nicht. Hier Juggernaut. Unzureißen bemüht. Ich wusste gar nicht, dass wir Befüge haben. Walker aktiviert. Okay. Troopers sind einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Im Leerlauf. In Bewegung. Koordinaten. Ich bin mir sicher, was ich sehe, aber ganz gewaltig. Du. Elliot. No. Elliot. Yes. Hm. Erwarten Befehle. Feindliche Einheiten in sich. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Unsere Basis wird angegriffen. Panzerdivision. Ziel bestätigt. Feindliche Einheiten in sich. Ziel wählen. Beausstieg bereit machen. Feindliche Stützpunkt in sich. Einheiten für angegriffen. Woran warten wir? Ziel wählen. Artilleriefeuer. Einheiten für Rute. Unser Basis wird angegriffen. Wie siehst du aus? Worauf warten wir? Feindliche Einheiten in sich! Roger! Juggernaut! Scharfschützen Team! Roger, rücken jetzt vor! Armatruhe! Die können uns sehen! Unser Basis wird anrufen! Coordinaten? Ziel B! Unser Basis wird angegriffen! Ziel B! Feuert aus allen Rohren! Einheit wird angegriffen! Trooper stehen bereit! Panzerdivision! Nähere mich zielen! Wir kennen ihre Position! Wir haben Kontakt, Sir! Jawohl! Dann schaffst du es so! Angriff läuft! Panzerdivision ausrücken! Unterwegs! Kurze Pause! Ich bin sofort wieder da! Sofort! Ich beeile mich! Ich beeile mich! Aber ich glaube, mir platzt gleich irgendein Kanal! Oh, ja! Oh, ja! Oh, hee! Oh, hee! Oh, hee! Oh, hee! S ServIO! oh, ja! Oh, hee! Ich väger dich! das war gut das war hervorragend war das ich sag dir das das war super so jetzt lass mal hier weitermachen unsere basis wird angegriffen ziel wählen roger bomba unterwegs feindkontakt wird repariert wird repariert trooper sind bereit ziel bestätigt was können wir machen wir können noch mal wiederholen wir können die mission nicht noch mal wiederholen kannst du dir anschauen wir laden dir später noch mal hoch auf youtube genau auf unserem youtube channel kannst du noch mal hingucken verstärkungen bereit ziel wählen nähere mich der landezone kannst du nicht in eines der häuser setzen das ist ja doch geschütze oder aber dann werden die auf jeden fall sofort angegriffen wie ist unsere position wir rücken vor Kommt schon, Millimeter noch, Kollege. Nein! Der macht erstmal die Kleinen, da, guck mal, die greifen direkt, ah, die Grenadiere greifen da an. Sieht sicher aus. Hast du recht, ich schaff jetzt immer recht gut damit, ja. Und da kommen die Granaten. Da kommen die Granaten, die Harten, die Spaten. Ja! 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 Die, die in der Wunderschwein. Ja? Ja. Die, die in der Fusion. Ja, ja. Die, die Fusion. Ja. Ja. Die, die, die das ja sind, ja. Ja! Der, das ist das. auf unserem YouTube-Kanal, der ist unten bei Twitch auch verlinkt. Folgt einfach unserem YouTube-Kanal. Da kommt einmal die Woche alles raus, was wir diese Woche gemacht haben. Und da kannst du dann wirklich gucken, wie wir es gemacht haben, wie wir verkackt haben, wie wir nochmal 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 verkackt haben und wie wir es dann vielleicht auch irgendwann mal geschafft haben. Da kannst du natürlich auch gucken, was wir für andere Spiele gespielt haben. Ja, wir machen ja mehrere Sachen. Wir machen ja nicht nur einen Commander, sogar DJ, aber das weißt du ja. Musiker, Musiker, Musiker! Wobei du am Freitagabend gar nicht da warst. Das sehe ich dir immer noch. Da muss ich jetzt noch berechnen, das Ganze. Spiele! Eins können wir noch. Ja. Das ist dann jetzt eine wieder 3000-Storchen-Mission? Ja, das jetzt ist so eine... Das ist so eine... Die Desintegratoren der Aliens haben ein Ingenieur-Team eingekesselt. Helfen Sie den Ingenieuren. Das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich wahrscheinlich anfange, gleich zu heulen. Okay, legen wir los. Ich habe einen Kommando. Einen... Einen Kommando. Neues Bonus-Ziel. Halten Sie den... Nein, Rutsch... Ich versuche den Scharfschützen zu retten. Warte mal. Ja, neues Bonus-Ziel. Sie, die Eiplatoon-Beta ist einsatzbereit, Sir. Bin schon da. Da, guck, da sind Leute. Da, da kommen alle Menschen. Nein, das Bonus-Ziel. Okay. Kommt mir bekannt vor. Feindliche Einheiten in sich. Wen soll ich erledigt? Sir, die Aliens haben uns festgenagelt. Eine Bewegung, wir sind erledigt. Können Sie uns helfen? Erledigt. Bonus-Ziel erledigt. Da sind noch zwei drauf. Scharfschützen-Team ist unterwegs. Los, los, los. Leute, ich bin da. Danke, Sir. Sammeln wir unsere restlichen Männer ein. Jetzt. Voll. Das war der. Was? Zeugsweinsammel. Wo? Drum da. Was hast du schon genommen? Einheitsbefördert. Geht klar. Ja. Vorwärts, Leute. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Geht sich unterwegt in Hinsicht. Wo, 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 wo? Erstmal müssen wir hier, wo sind wir hier? Geht klar. Stuttgart. Bin unterwegs. Stopp. Kinderspiel. Nicht angreifen. Willst du mit drei Mann das angreifen? Ich schaue, ne? Hier ist die Kaka im Dampf. Bin unterwegs. Positiv. Und Aliens. Verdammt, seht euch das ab. Ab ihm. Sie bluten zwar in einer anderen Farbe, aber sie bluten. Macht sie fertig. Ich bin bereit. Dieser Tripod ist hinüber. Möglicherweise kann ihn ein Ingenieur übernehmen. Sieh die Eifplatte und Beta ist einsatzbereit, Sir. Bin schon da. Was haben wir hier? Wie laufen meine Befehle? Okay. Zusammenziehen, eins. Äh, rechts waren Sachen zum Einsammeln. Wo sind die Ingenieure? Die sind links. Da. Positiv. Einheit befördert. Bin schon da. Kommt mir bekannt vor. Und da sind besetzte Gebäude. Da sind die Ingenieure drin. Nein. Ja. Die Ingenieure sind auf zwei. Ich bin da. Wir kriegen beide Gebäude frei. Sir, diese Aliens haben uns festgenagelt. Wenn wir im Gebäude sind, ist alles okay. Aber sobald jemand feuert, kommen sie durchs Fenster und fressen ihn. Können sie uns helfen? Aliens erledigt. So, ist er halt raus hier. Los, 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 los. Lauf, lauf, lauf. Wir dachten, sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Über den sind wir da so Dinger zum Einsamen. Die Aliens haben uns am Haken. Helfen Sie uns. Einheit bezahrend. 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 Steckst du die jetzt da drin, oder was? Ja, ich muss hier da kurz rein. Ich bin da. Vorrücken. Auf die zwei. Ja, wo oben sind noch Kisten. Ich weiß ja nicht, was die bedeuten. Was die machen jetzt. Welche Kisten? Die hier? Die, ja. Okay, cool. So was musst du immer einsammeln. Ja, sag mir, wenn die da sind. Einheit bezahrend. Okay. Ja. Wo ist unser nächstes Ziel? Scanner neues Gebiet. Raketentrop kampfbereit. Leute. Keine Ahnung. Irgendeiner will doch vor ne Beförderung, oder was? Ja. Na gut, wenn nicht, dann nicht. Ich bin da. Wenn nicht will, der hat schon. Hier sind die Ingenieure. Bin unterwegs. Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Danke, Sir. Ich dachte schon, das war's. Nehmen Sie das östliche Kraftwerk ein. Um die verlassenen GDI-Basis zu aktivieren. Denken Sie daran. Wenn Sie alle Ingenieure verlieren, war alles umsonst. Wir bleiben schön brav zusammen. Genau. Alles wieder rückt. Lass ich hier, hier das. Ja, ja, ja. Neues Bonusziel. Ganz viel rein. Einheit wird angegriffen. Bin unterwegs. Äh, runter die sechs. Was ist denn da? Was ist denn da? Hier ist was Schlimmes passiert. Das spüre ich. Neues Bonus. Ziel. Bin schon da. Einsatzziel erreicht. Kommt mir bekannt vor. Bin unterwegs. Feindliche Einheiten in sich. Kommt mir bekannt vor. Bin schon da. Verteidige dich. Einheit befördert. Positiv. Einheit wird angegriffen. Okay. Ich bin da. Bin unterwegs. Bin schon da. Feindliche Einheiten in sich. Commander. Bereite Kontrollcodes vor. Okay. Legen wir los. Alles bereit. Ich finde einen Weg rein. So. Und fünf Container zum Rensern. Wir haben uns das bereit. So. Einsatzziel erreicht. Einheit befördert. Ich bin da. Bin unterwegs. Und jetzt? Feindliche Einheiten in sich. Ausblüfen. Referieren. Raketentrupp einsatzbereit. Ich bin der Fall. Positiv. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Kaserne. Ja. Raketentrupp einsatzbereit. Ja. Wir haben offensichtlich schon Spinner. Ja. Wir haben offensichtlich schon Spinner. Raketentrupp einsatzbereit. Also wenn du jetzt produzierst, du kannst nicht mehr produzieren als das, was wir jetzt gerade vorgeben haben. Kreditor bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Und unterwegs müssen wir alles einnehmen, was da ist. Da machen wir noch ein paar Ingenieure. Wir haben ja noch Ingenieure, Schatz. Einheit ist noch ein bisschen fertig. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Mitten auf der Karte ist noch ein ausgleicheter Punkt. Wie ist das? Ich glaube, da ist noch immer eine Einheit von uns. Konzentriert euch! Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp vorwärts. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Kein Mann wird zurückgelassen. Ja, wir sind auch gerade erst bei Zufall aufgefahren. Raketentrupp einsatzbereit. Predator bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Es ist nicht bald vorbei, auf einmal hier die ganze Seite schwarz. Und wir lassen die Fenster gerade mal nicht an. Predator bereit. Ich habe ihre Codes. 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 Predator bereit. Was er nicht viel produzieren kann, bis das gar nicht weg ist und dann legen wir los. Ein Stückchen über dir. Ist noch mal was zum einsammeln. Ich weiß nicht, wenn du eine Einheit hinziehst. Die Panzerdivision ist einsatzbereit. Ziel bestätigt. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Das war's gleich. Ja. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Unzureichende Mute. Panzerdivision ausrücken. Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Einheit verloben. Einheit verloben. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Ich... Ich muss den mal alle Ingenieure schicken. Ein Erreichstum. Ja. Ja, sind wir alle. Unsere Hauptbasis wird angegriffen. Bereits und entschlossen, Sir! Machen wir sie fertig! Geht das denn in einer Rolle? Ich weiß jetzt gerade nicht. Unsere Basis wird angegriffen. Einheitsbefördert. Bringen wir in den Kampfsgebien ein. Handliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Musst also ein paar da lassen. Ein paar musst du vorgehen, ein paar musst du da lassen. Um, um. Sind bereit. Zielgebiet bestätigt. Einheit befördert. Verstand. Einheit wird angegriffen. Erwartet befehl. Ziel bestätigt. Ja, die sind jetzt irgendwo. Ziel bestätigt. Einheit wird angegriffen. Nachladen. Unterwegs. Wir rücken vor. Alienflugobjekt zerstört. Auf Luftfluchtvektor einschwecken. Los, 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 los. Halten in Sicht. Danke, Sir. Jetzt schlagen wir zurück. Bonus-Ziel erreicht. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Panzerdivision ausrücken. Unterwegs. Ziel bestätigt. Verstanden. Hilfsvoll ist einsatzbereit. Und das schützt die Heimatbasis. Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Das ist unsere, da musste man halt nur das Kraftwerk. Halten die Vision ausrücken. Ja, aber das können wir gerade nicht. Unterwegs. Dringe ein Kampfgebiet ein. Du bist in der Gegend aufgerollt. Nein. Das geht nicht. Du bist in der Gegend aufgerollt. Da bist Du zu. Ich bin in der Gegend aufgerollt. Nehre mich Ziel. Ziel bestätigt. Erkennt Ihre Position. Wir haben Stuttgart von den Aliens gefreit. Gute Arbeit, Kommande. so macht man das okay einer geht noch einer geht noch rein in die schweiz unglaublich commander der größte teil deutschlands ist befreit und sie konnten die invasoren zurückschlagen machen sie aber weiter druck die invasoren sammeln sich in der nähe von bern in der schweiz wir wissen nicht warum aber es könnte ihr letzter kampf sein wenn sie kämpfen wollen geben wir ihnen die chance schicken wir diese alien freaks mit eingeklemmten schwanz wieder in die rote zone zurück das würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen wenn es hilft haben die überhaupt schwänze feindliche einheiten in sich empfangen nachricht dieser stützung ist die letzte festung der aliens in dieser region zerstören sie gut 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 das kriegen wir hin weiß ich nicht doch wird gebaut hast du genug energie unterbrochen abgebrochen erst mal was du hast und dann wird gebaut wirst du noch ein bier ja bitte neue bauoptionen wird gebaut bau abgeschlossen ausrufe zeichen cola wird gebaut ausbildung raketentruppe einsatzbereit bau abgeschlossen infanterietruppe bereit infanterietruppe bereit bau abgeschlossen infanterietruppe bereit infanterietruppe bereit einheit wird angegriffen infanterietruppe bereit wird gebaut grenadiertruppe bereit bau abgeschlossen feld ist einsatzbereit bau abgeschlossen feld der einsatzbereit einheit wird angegriffen Grenadiertruppe, bereit! Pitbull ist einsatzbereit! Grenadiertruppe, bereit! Pitbull ist einsatzbereit! Haben Sie im Visier? Unterwegs! Ziel bestätigt! B.M.T. einsatzbereit! Einheit wird angegriffen! B.M.T. einsatzbereit! Faltliche Einheiten in Sicht! B.M.T. einsatzbereit! Auf Sie! Auf Sie! Näher uns zielt! 3? Auf die Hitze! Ruhige Kultbe editor im Saison AREA Bezug auf first! Faltliche Einheiten in Sicht! V.M.T. einsatzbereit! Bezug auf Sie! Einheit gefördert! Sammler wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Sammler verloren. Warten auf Einsatzbefehl. Wird gebaut. Verfeindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Warten auf Einsatzbefehl. Einheit gefördert. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Warte, ein Kampfantien chewy too. Commodee. Wird gebaut. Hast du dann doch gesagt? Warst du daran? gedacht so das letzte Gefecht ich weiß ich weiß aber wir müssen da hin wir müssen die Raumschiffe besiegen Unterwegs wird gebaut unsere Basis wird angegriffen Einheit wird angegriffen wird gebaut Bau abgeschlossen Bau abgeschlossen feindliches Kommando entdeckt neue Bauoptionen Einheit wird angegriffen der erste Angriff ist der Schlimmste Bau abgeschlossen Einheit verloren Einheit verloren Befördert Angriff läuft Ziel bestätigt Leck ich hab leider nur Kopf Zero da Musst ihr wohl selber ne Kohle holen Feindliche Einheiten in sich Bau abgeschlossen Einheit wird angegriffen Wird gebaut Holy fuck Bau abgeschlossen Unsere Basis wird angegriffen Sammler wird angegriffen Bau abgeschlossen Wird gebaut Wo ist dein Sammler? Nach deinem Sammler bitte Wunderbar Ausbiegen Alter Ja Bau abgeschossen Wird rüber rief Unsere Basis wird angegriffen Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen Der Juggernaut Das ist sauer Die Juggernaut Auch zum Tiberiumfeld Einheit verloren Rücken vor Ja Ich war ausnahmsweise auch mal für Deutschland Ja ich war ausnahmsweise auch mal für Deutschland Einheit wird angegriffen Rückzug Rückzug Ja, heißt aber nicht viel. Ich finde unser deutsches Team schon seit Jahren einfach nur Einheit befördert. Ja, überbezahlt. Ich meine, klar, andere Ronaldo oder so, die werden auch überbezahlt für das, was sie leisten. Aber der macht wegen uns was. Unsere Top-Spieler, die tänzeln manchmal nur, was fällt und keine Ahnung, da ist, wenn man nicht guckt, da ist da nichts im Spiel. Da ist irgendwie, naja, ob ich jetzt was mache oder nicht, ich kriege trotzdem meine 5 Millionen, weißt du? Und deswegen bin ich nicht wirklich Fan von der deutschen Mannschaft. Das siehst du bei den anderen nicht. Dann hast du bei den Engländern nicht, dann hast du bei den Schotten nicht und die kriegen alle so viel Geld. Nur die Deutschen, die ruhen sich aus auf ihren... Hä? Wird gebaut. Tiberiumfeld abgebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Feindliches Kommando entdeckt. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Einheit verloren. Gebäude eingenommen. Neue Bauoptionen. Was für ein Gebäude haben wir da jetzt angenommen? Soll ich kurz mal auf dem Stand angucken? Unsere Basis wird angegriffen. Weiß ich gesagt, keine Ahnung. Okay. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Wir vermissen ein Produktionsgebäude. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Das ist die Kaserne, die Raffinerie. Wird gebaut. Radar. Raffinerie, Hauptplot. Ausbildung. Worte und Fabrik scheint auch noch da zu sein. Ich sehe gerade... Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Ich bin immer noch nicht angekommen in der Kampfzone. Weißt du das? Ja, 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 ja. Einheit wird angegriffen. Das denke ich ist doch für heute noch ein bisschen rausgegeben. Feindliche Einheiten in sich. Raketen-Trop 1. Oder Badmier. Raketen-Trupp einsatzbereit. Das heißt, wieder diese fortgeschrittene Stunde. Ja, die fortgeschrittene Stunde. Zerstören Sie die Drohnenplattform. R1 auf der genau gegenüberliegenden Seite. Und dafür bräuchten Sie erstmal... Raketen-Trupp einsatzbereit. Personal. Personal ist ja ein Bau. Raketen-Trupp einsatzbereit. Wird gebaut. Bauarbeiten laufen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Infanterie-Trupp bereit. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Infanterie-Trupp bereit. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Aber wir haben so viele kaputte Panzer. Infanterie-Trupp bereit lassen. Sind bereit. Firehawk angedockt und bereit. Panzerdivision ausrücken. Ein Stück hinweier. Ich weiß, sie müssen nur... Ich brauch die... Firehawk angedockt und bereit. Ich weiß, Jungen-Kanon-Kontroll. Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Feindliches Kommando entdeckt. Unsere Basis wird angegriffen. Firehawk angedockt und bereit. Kann es sein, dass du gerade die zwei wechselst? Nein. Neue Bauoptionen. Was? Wird gebaut. Firehawk angedockt und bereit. Was denn? Wir hatten gerade kurz keinen Strom mehr. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Das ist halt schon ein Arschvoll Puffer. Einheit wird angegriffen. Ja, aber wir hatten gerade keinen Strom mehr. Dann war es ein Amp. Wahrscheinlich. Unsere Basis wird angegriffen. Kommt, ihr haltet das doch jetzt. Ich brauch nur ein bisschen Zeit, meine Freunde. Ist das wieder so ein... Oh nein, 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 nein. Wo kommt da er? Ja, da ist sie richtig. Feindliche Einheiten in Sicht. Los geht's. Da ist er. Da ist der Wichser. Macht sie platt. Sammler wird angegriffen. Einheit bejogen. Unsere Basis wird angegriffen. Aber das ist übrigens für unsere Familie normal, wenn du sagst, die ist einfach, die kriegen wir nicht hin und die Sprügel kriegen wir hin. Bei unserem Sohn ist das nämlich so, die einfachen Matheaufgaben verkackt er mit hochkomplizierten. Macht auch noch Probleme. Also ich war jetzt hier sowas wie 173... Lai, 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 Lai. Lai, Lai, was? Lai, Lai. Was ist denn Lai, Lai? Was schaffst du denn jetzt für Lai, Lai rein? Was soll das denn jetzt sein? Meine Befehle? Macht sie platt. Wir haben hier gerade ein echtes Problem. Und du redest von den solchen Mathearbeiten. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Ja, und? Auf dem, was hattest du vorher auch schon? Du bist ja voll die Hilfe gerade. Die Wichser steht vor unserer Tür. Ja, ich hatte gerade was vor. Ich hatte irgendeinen Plan. Ah ja, ich weiß wieder. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich weiß doch wie der... Unsere Basis wird angegriffen. Ionen-Kanone bereit. Sammler wird angegriffen. Was können wir denn hier für den Spaß? Ja, kannst du da mittendrin drauf passen. Ionen-Kanone aktivieren. Bonus-Ziel erreicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Initialisiere Video-Uplink. Commander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren orten. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Yes, ma'am. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Nee, dafür muss dann mit einem Schafschütz oder sowas wieder nah sein. Können wir hier nicht irgendwie einmarschieren? Kannst du auch, aber die... Ach, komm, schau mit dem... Sammler wird angegriffen. Protect your Sammler. Ziel wählen. Für Ausstieg bereit machen. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Einheit wird angegriffen. Ja, ich verstehe das öfters nicht. Unsere Satelliten haben eine massive Energiefluktuation an der Rückseite des Alien-Hauptstützpunkts geortet. Ja, sag mal, die Truppen sammeln, ne? Auch die... die in der Basis vielleicht stehen, mal anders verteilen. Ja, warte. Einheit wird angegriffen. Wir haben doch hier jetzt unsere Lufteinheiten, ne? Alles okay. Können das ja jetzt fertig machen. Verstanden. Weil die ja gerade hier schon... Keine Ahnung, mit den Laserkanonen? Keine Ahnung, wir haben ja gerade schon ein paar... Unsere Basis wird angegriffen. Einheit befördert. Wir haben in der Stadt echt gemütet. Ja, sieht fast so aus, als hätten sie sie ausgegraben. Hey, was ist das? Da im Zentrum der Grube. Ein Klumpen, blau ist die Wehre mit der Luena. Wir haben das Alien-Hauptquattier geortet. Wir werden jetzt angreifen. Bereiten Bomben ab, wovor? Unsere Basis wird angegriffen. Ah, fuck. Fuck, das liegt ja ein Künstler. Und das liegt gleich. Okay, sah so aus. Es hat sich dann schon in Hinsicht. Sagen Sie aus. Auf dem Weg. Unsicht, ich habe es nicht geschafft. Nicht ganz, ne? Ich speichere kurz. Und dann habe ich Piposch und ähm... Machen wir noch ein bisschen mit. Dann hoffen wir mal. Dann hoffen wir doch einfach mal. Einheit wird angegriffen. Sammler verloren. Sammler wird angegriffen. Völlige Überlegenheit. Lehre mich. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Wird repariert. Verstärkungen bereit. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Ja, Sir. Völlige Basis wird angegriffen. Brücke vor. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Aha. Hier. Los geht's. Danke. Musste grad hier müssen mal... Wir haben Sammler verloren. Einheit wird angegriffen. Wieso haben wir Sammler verloren? Alle. Ja. Durch Angriffe da. Von ihm und seinen Buddies. Mammut rückt vor. Wir brauchen irgendwelche Verteidigungseinheiten, die dagegen gelten. Ausbildung. Feindliche Einheiten in sich. Ausbildung. Einheit verloren. Pitbull ist einsatzbereit. Okay. Okay. Ja, der ist halt... Ich bin wohl in seiner Raumschiff gerade gestrickt worden. Auch beim Fahren. Der ist nicht angegriffen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Vernichtet sie. Pitbull ist einsatzbereit. Greif an. Raketen-Trupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Ist der Nuke bereit? Raketen-Trupp einsatzbereit. Feuerzone bestätigt. Äh... Raketen-Trupp einsatzbereit. Basis-Trupp einsatzbereit. Mit... Mit... Mit dem... Äh... Hat Baufortfall. Erwarten Befehle. Raketen-Trupp einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Pitbull ist einsatzbereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Anzureichende Mittel. Wie ist das? Jagdsaison! Die gehören mir! Und wo ein Rick da oben wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt wäre. Kein Problem! Okay, also was heißt da oben, äh... Sind unterwegs? Da oben ist das, äh, rechte Feld. Sperienfeld, hier, das da. Wo du halt gerade bist. Weil von da kommen sie halt und da müssen wir halt auch unsere Sammler hin. Einheit wird angegriffen. Ich hätte das für mehr Gebäude abknallen sollen, oder? Steig die Party! Nichts kann uns stoppen! Vorwärts! Unsere Basis wird angegriffen! Bin unterwegs! Da sind sie! Feindliche Einheiten in sich. Völlige Überlegenheit. Nähere mich. Aber wie habe ich das Gefühl wir kriegen kein Geld mehr? Alle tot, ne? Nein, wir hatten doch noch einen Sammler. Den hat dich beschützt? Ist der irgendwo anders hingeräumt? Ich weiß es nicht. Guck mal wo, kein mehr. Aber das Rick ist fertig geworden. Nein. Das ist Rick. Hä? Ich dachte, ich hätte... Ich glaube, ich hätte eins gesehen. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Mammutpanzer bereit. Ja, Sir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kannst höchstens ein Kraftwerk verkaufen. Aber ich habe das Gefühl... Ich verliere Geld. Irgendwas produziert also noch. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe. Temperaturen. Ja, genau. Ausbildung. Unzureichende Mittel. Ja, dann kannst du... Okay. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Auf zum Tiberiumfeld. Ausbildung. Jetzt klickt bitte auf Reparieren oder so, bevor der jetzt wieder auf... Ich habe keine Ahnung, wann der Sammlung dann kaputt gegangen ist. Auf zum Tiberiumfeld. Ausbildung. Auf zum Tiberiumfeld. Ausbildung. Ich weiß nicht, woraufotiere. Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Erst Zugang pass denquelle durch den Gesang eingependet. So. Wo ist denn da ein Sammler? Wo ist denn da ein Sammler? Doch da Da stehen da Fußtruppen Gegen wen gehts? Drück drauf! Ziel wählen LZ in Sicht Kommen wir jetzt gleich einen Schuss noch, dann hat sich das erledigt Eine Minute und 25 Sekunden noch Ausbildung Mhm Vorsicht mit dem Zeug Ja, Sir Kehren zur Basis zurück Erntevorgang läuft Nähen uns Tiberiumfeld Mammut Einsatzbereit Mammut Nein, tut's nicht Das ist eine ganz normale Sekundenansage Das ist eine ganz normale Sekunde Feindliche Einheiten in sich Das ist eine ganz normale Sekunde Okay Let's finish this Das ist das Was ist das? Geheimdienstdaten aktualisiert Einsatzzier erreicht Runter von meinem Planeten, ihr verdammte Aliens Das ist das Nyaaaaaaah Klick, 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 klick Die William Frank Stunde Heute mit Dr. Emil Ibrahim Die Invasoren planen offensichtlich nicht die Eroberung unserer Städte Im Gegenteil, sie errichten massive Gebäude in den roten Zonen Sie unterbinden alle Versuche, sie bei ihren Aktivitäten zu stören mit äußerster Gewalt Unsere Expertin für diese Gebäude ist Dr. Emil Ibrahim Die Leiterin des Future Tech Labors der GDI Zuerst einmal Dr. Ibrahim Meinen Glückwunsch zu ihrer Flucht aus München Danke William Es war mehr als grausam Das kann ich mir vorstellen Nun, was sind das für Türme in den roten Zonen? Alles, was diese Invasoren machen, hat ausnahmslos mit Tiberium zu tun Sie nutzen diese grünen Kristalle in einer Weise, die wir uns kaum vorstellen können Wir sind davon überzeugt, dass sie das Tiberium für ihre Fahrzeuge und Waffen einsetzen Und die Türme aus einem Tiberium Verbundstoff bestehen Die Antwort Was mit den Türmen bezweckt wird, wir haben nur Theorien Faszinierend Was sind das für Theorien? Es könnten vielleicht Tiberium Raffinerien sein Waffensilos Ja sogar ein Planetenvernichtungssystem Wir müssen näher ran, wir haben nicht genug Informationen Das ist nicht leicht, oder? Also nun, lass uns näher rangehen Danke, Dr. Ibrahim Für welchen Zweck sie auch sind Ich denke, wir können eines sicher sagen Diese Türme dienen nicht dem Wohle der Menschheit Akt 5 Du wählst schon wieder Kommander, es ist kaum zu glauben Aber alle Daten weisen darauf hin, dass die Angriffe auf unsere Städte nur vom eigentlichen Ziel der Invasoren ablenken sollten Dem Bau dieser Türme Wir wissen nichts über sie Aber sie müssen vor Fertigstellung zerstört werden Und dann kommen sie ins Spiel Lieutenant Der größte Turm, der in Kürze fertig sein wird Steht in Italien, wo dieses Tiberium Chaos vor 50 Jahren anfing Das wird kein Spaziergang Aber wenn sie dieses verdammte Ding einnehmen Fallen die restlichen vielleicht wie Dominosteine Cursey erklärt ihnen alles Weitere Ja, das kann Cursey auch gerne machen Aber das macht sie dann nachher Also nicht morgen Später Weil heute ist ja schon morgen Aber Das ist schon morgen Oh nein Später 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 21 uhr 20 und bin ich aber auch schon da mit mission tracking